Anders als ein Architekturstudium, was hier angeboten wird, oder ein Bauingenieurstudium, oder auch ein Wirtschaftsstudium, wollten wir etwas entwickeln, was im Grunde nicht nur interdisziplinär, sondern transdisziplinär ist. Also wo im Grunde eine Engineering-Komponente mit dabei ist, da gehört Architektur mit dazu, da gehört Städtebau mit dazu, da gehört aber auch Bauphysik mit dazu. Es beinhaltet aber auch eine Infrastrukturkomponente, also sprich Energie, Mobilität und es beinhaltet auch eine Business- und eine Wirtschaftskomponente. Es ist nicht so wie in anderen Studiengängen, dass man sagt, das gibt es schon hier und das gibt es dort und wir schauen mal, was wir dann vielleicht ähnlich oder anders machen, sondern es gibt eigentlich im Bildungsmarkt etwas Vergleichbares weltweit nicht. Deswegen waren wir dazu gezwungen und ich persönlich auch, eben von der Pike auf komplett ein neues Programm zu entwickeln und zu überlegen, was alles da dazugehört. Und da haben wir eben auch weltweit alle Ansätze, die es in Richtung Smart City gibt, analysiert und untersucht und versucht, da draußen eine Synthese zu finden. Wir bewegen uns ja in einem Feld, was nicht total abgesichert und gefestigt ist, sondern wir bewegen uns ja sozusagen auf ein Moving-Target zu. Die ganze Diskussion um Smart City ist ja nicht total fix, sondern da ist ja sehr viel Bewegung drin. Und diese Bewegung nachzuvollziehen und nicht nur nachzuvollziehen, sondern auch Impulse zu geben, das ist jetzt natürlich die Herausforderung und die Aufgabe, die uns und mich persönlich gerade sehr beschäftigt. Es ist jetzt nicht so, dass wir Unternehmen gefragt haben, Kommunen gefragt haben und Spezialisten gefragt haben, was wollt ihr denn gerne haben und welches sind die Spezialisten oder was ist das Profil, was ihr genau wollt. Es kam eigentlich anders. Also es kam einfach die Einsicht, dass das ganze Thema Smart City überall diskutiert wird auf der ganzen Welt, aber erstaunlicherweise sehr wenig Einzug gehalten hat in Hochschulen. Ein zweiter Beweggrund war auch persönlich meine langjährige internationale Praxis in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Erdteilen und einfach das persönliche Erleben, wie Städte wachsen, im positiven Sinne aber auch wie die mit zunehmender Größe auch die Probleme wachsen oder Probleme nicht gelöst sind, wie es einfach an Kapazitäten und Kompetenzen fehlt in vielen Orten, um einfach die drängenden Fragen städtischer Entwicklungen auch wirklich anzugehen. Da gibt es tolle Spezialisten in ganz verschiedenen Referaten, die alle sehr viel Wissen haben in ihrem einzelnen Gebiet, aber wo es dann schwierig wird, einfach dieses Wissen miteinander zu verknüpfen und diese Brücken zu schlagen zwischen diesen verschiedenen Referaten und verschiedenen Fachkompetenzen. Die Idee ist nun, eine Kompetenz hier zu schaffen und Leute auszubilden, die eben genau in der Lage sind, diese Brücken zu schlagen und letztendlich Projekte aufzusetzen, die Leute reinzuholen, aber sie nicht nur aufzusetzen, sondern mit Managementkompetenz und Leadershipqualität dann diese Projekte auch durchzuführen und sie zum Erfolg zu bringen. Überall werden solche Abteilungen aufgebaut, in Kommunen, jede größere Stadt ist dabei, so eine Smart City Abteilung gerade ins Leben zu rufen. Es gibt Unternehmensberatungen wie Ernst & Young und andere, die auch gerade solche Abteilungen aufbauen. Es gibt IT-Firmen, die von SAP über HP über viele andere, ESRI, die eben über IT-Dienstleistungen auch in diesen Markt hineinkommen und letztendlich sind es auch Ingenieurbüros, die ganz viele Spezialisten haben von Tiefbauern und Verkehrsplanern und Stadtplanern und so weiter, aber auch die brauchen eigentlich genau die Leute, die letztendlich in der Lage sind, die Brücke zu schlagen und die Dinge in den Zusammenhang zu setzen. Was muss jemand ein Studium mitbringen? Das ist klar, entweder ein Bachelor- oder ein Masterstudium, aber vielleicht die etwas unerwartete Antwort heißt, welche Fachrichtung ist uns eigentlich vollkommen gleichgültig, sondern im Gegenteil, es ist sogar erwünscht, dass wir komplett verschiedene Hintergründe eben da zusammenbringen. Also da können IT-Leute mit dabei sein, da können Architekten, Ingenieure mit dabei sein, Finanzleute, Verwaltungsleute und aus im Grunde all diesen verschiedenen Themen, die letztendlich in Smart City und letztendlich auch in unserem Curriculum zusammenkommen, ideal ist es, wenn wir aus all diesen verschiedenen Bereichen jemanden mit dabei haben. Das ist die zweite Voraussetzung. Die dritte ist, dass jemand nach seinem Studium zumindest ein Jahr schon mal in der Praxis tätig war und zumindest mal im eigenen Leib auch schon gespürt hat, dass vielleicht gewisse Bedarfe und auch Defizite da sind, die man durch lebenslanges Lernen und letztendlich auch durch so ein Studium eben ein Stück weit weiterentwickeln kann. *** *** *** *** Untertitelung des ZDF, 2020